Ja hallo, heute geht es auch wieder mal um Samsung, die Geräte der Geräte und zwar geht es um die Samsung, ja Fernbedienung möchte ich zwar nicht sagen, um die Tastatur von Samsung. Ich habe mir sämtliche Tastaturen hier schicken lassen, habe alle möglichen Tastaturen ausprobiert, es nervt, die Taste geht nicht, die Taste geht nicht, laut, leise geht nicht, Tasten, Falschbelegung und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt doch für die Tastatur von Samsung entschieden und ich habe zwar auch lange geguckt und hinterher überlegt, aber ich kann wirklich euch nur sagen, die Original-Tastatur ähnelt auch der kleinen Fernbedienung. Ihr habt die hier an der Seite dran, ja das kann einem im Endeffekt wirklich nochmal eine Idee geben, aber du kannst hier natürlich alles perfekt suchen und es ist natürlich auch kompatibel mit allen Samsung-Geräten, was natürlich bei einigen anderen Tastaturen leider nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass die Technik da weiter geht, weil wie gesagt, von Samsung finde ich es ein bisschen überteuert, wenn du dir so einen Fernseher kaufst, dass du so eine teure Tastatur kaufen musst, aber es lohnt sich wirklich. Das soll es eigentlich heute gewesen sein, als kleinen Extra-Tipp, mal hier auf Rikos Tipp, würde mich freuen über ein Abo von euch, ansonsten besucht mich doch einfach auf meinem Blog, auf www.sorgenlosteam.de Da habe ich für euch wie immer den Gratis-Report hinterlegt, klickt ihn an, guckt mal rein, ich zeige euch natürlich auch da, wo man so eine Tastatur günstig bekommen kann, auf meinem Blog, folgt einfach dem Link oder dem Video. Würde mich freuen, wie gesagt, bis dann, tschüss, euer Riko.